Genau so war das auch bei mir. Ich habe das am Anfang drei bis vier Mal die Woche benutzt, manchmal sogar auch fünfmal. Fünfmal! Ich habe dann nach den Erstverschlimmerungen dann auch ziemlich schnell Verbesserungen gesehen und dachte mir, okay, dann benutze ich das halt einfach weiterhin so oft. Dann habe ich mich mal so vor fünf Monaten eingelesen und dachte mir, komm, ich probiere mal einfach aus, das weniger zu benutzen. Mir ist dann auch aufgefallen, dass meine Haut wirklich viel frischer aussah, als ich das viel öfters benutzt habe und nochmal einen Ticken feiner. Wenn ihr das jetzt drei oder vier Mal die Woche benutzt und das für euch funktioniert, dann bedeutet das überhaupt nichts Schlechtes. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und euch davon berichten.